Wenn wir vielleicht von der Ebene der Spekulation weggehen und nur die ganz reale Frage, wie man mit Nord Stream 2 umgehen sollte, die neue Regierung... Die reale Frage, wie man mit Nord Stream 2 beantwortet sich doch relativ einfach. Es ist ein genehmigtes Projekt und mit Nord Stream 2 muss man so umgehen, dass Gas durch diese Leitung fließen kann. Das ist im hohen Interesse, nicht nur Deutschlands, sondern auch im europäischen Energieinteresse. Und insofern gehe ich davon aus, dass auch die neue Bundesregierung sich daran halten wird, dass es ein genehmigtes wirtschaftliches Projekt ist und deswegen natürlich Gas fließen muss. Sie sagen, Sie gehen davon aus, die SPD-Fraktion überlegt ja offenbar, das als Druckmittel einzugehen. Ich weiß nicht, was die SPD-Fraktion überlegt. Dann sind Sie besser informiert als ich. Ich jedenfalls gehe davon aus, dass dieses Projekt genehmigt, was genehmigt ist, auch Tatsache wird und Wirklichkeit.